Zu einem perfekten Styling gehören Nägel einfach dazu. Perfekte, vier Wochen, haltbare Nägel können Sie sich in exklusiven Nagelstudios modellieren lassen. Der Trend im Nagelstudio liegt bei absolut natürlich aussehenden Nägeln, die entweder eine komplette Farbe tragen oder French Look. Ich finde French Look toll. Manche Damen lassen sich auch kleine Kunstwerke auf die Nägel malen, viele auch Harald Glöckler, habe ich schon gesehen. Wenn die Nägel von einem Fachstudio gemacht werden, dann haben Sie nur Freude damit. Aber Vorsicht, achten Sie allerdings darauf, dass die Nageldesignerin eine fundierte Ausbildung genossen hat und hygienisch arbeitet, sowie Premium-Produkte verwendet. Das ist außerordentlich wichtig. Schauen Sie auf unsere Facebook-Seite, Glöckler bei Unguies Arzt. Da finden Sie immer wieder nicht nur wunderschöne Nägel, Sie finden auch immer wieder wunderbare Beiträge und sicherlich auch ein Nagelstudio in Ihrer Nähe. Gerne können Sie auch Fragen stellen auf der Facebook-Seite. Sie können auch gerne uns kontaktieren. Unter Umständen, das ist das Schöne ja, in diesen Social Medias bekommen Sie Response, auch von direkt einem Nagelstudio in Ihrer Nähe, das wiederum auf unserer Facebook-Seite vertreten ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.